Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mache ich ein FMA mit meiner neuen Dartmoor-Ponystute. Und zwar der Snowball. Ja, hier ist schon ein Parcours aufgebaut für sie. Ähm, ja, die Mauer ist nicht so groß. Ähm, hier sind die Teile. Und hier habe ich eine Stange davon weggemacht. Ich bin mal gespannt, ob sie das hinbeinigst packt. Ähm, ja. Ich werde sie jetzt rausholen und putzen. So, hier ist auch schon die kleine Snowball. Ihr Fohlen, ähm, ja, ist da. Noch in der Box. Und, ja. Ja, ich werde sie jetzt putzen. So. Sie hat unfassbar schönes Fell, finde ich. Äh, ja. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ähm, ja. Ich werde jetzt, ähm, einen Halsring holen. Hier sind die Halsringe. Und, ja. Ja, ich habe mich dort dazu entschieden, dass ich sie mit Sattel und Trense heute reite. Und sie sieht so unfassbar knuffig aus. Und, ja. Dann werden wir jetzt auch loslegen. Ja, fragt euch nicht, äh, sie will mit Quentin in die Reithalle. Wir werden uns natürlich erst aufwärmen. Und falls ihr euch fragt, warum ich den Parcours nicht in der Reithalle aufgebaut habe. Es ist leider so, ähm, die Hindernisse sind einfach so groß und unsere Reithalle ist sogar dafür zu klein. Aber ist sie echt riesig. Also werden wir jetzt immer wahrscheinlich hier die Parcours aufbauen. Wir haben ja hier eine große Fläsche und das wird anscheinend sozusagen unser Haltplatz sozusagen. Ähm, ja, wo wir halt so nur springen sozusagen. Also Springplatz auch sozusagen. Und jetzt werde ich mich aber erstmal aufwärmen. Da kommt Snowball. Kann man ein paar Runden drehen. Oh, willst du es ja empfohlen? Pfff, nütig. Pass auf. Gutes Mädchen. Falls ihr euch fragt, warum sie jetzt auch so gut ist oder so. Also wir sind außerdem jetzt fertig. Ähm, ja. Es ist so, ich war, ähm, auf dem Reiterhof, wo sie davor war mit, äh, ihrem Fohl. Halt und da durfte ich so ein bisschen probereiten auf ihr. Und sie war sofort total toll und sie hört auch echt gut auf mich. Und ja, das wollte ich schon mal sagen. Ja, und jetzt werden wir ein bisschen springen. Na komm, los. Oh nein. Pfff, na komm. Na komm, los. Ja, prima. Gut gemacht. Na, das kommt, das kannst du. Gut gemacht. Gut. Okay, jetzt die Mauer. Oh, super. Ja, ich habe ja extra außerdem ja die Mauer etwas kleiner gemacht, weil sie ist ja ein kleines Pony sozusagen. Ähm, und ja. Deswegen habe ich das so kleiner gemacht. Na komm, noch mal. Prima. Na komm. Äh. Oh nein. Na komm. Das schaffen wir jetzt aber. Gut. Komm, und hup. Super. Wir werden auch gleich mal einen neuen Parcours machen. Komm. So, ich habe das gerade so hingemacht. Also die restlichen Steine da sozusagen von der Mauer. Da habe ich gerade so gemacht. Da können wir darüber auch noch springen. Da komm. Hup. Hup. Na ja, prima. Oh, berührt. Mist. Komm. Ja. Super. Nein. Snowball. Komm. Prima. Und los. Äh. Gut. Ich hoffe, wir schaffen das. Komm. Online gerissen. Ein bisschen. So, die Mauer wird bleiben und jetzt werde ich einen anderen Parcours machen. Ja, hier bin ich. So Leute, der Parcours sieht jetzt so aus. Äh, ja, die Mauer ist ja so geblieben, habe ich ja auch gesagt. Und ja. Na komm. Hup. Äh, super. Na komm, das schaffst du. Gut gemacht. Ja, super. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer für sie sein. Komm. Ach, Mist. Blumen überreut. Ich habe das jetzt gerade noch so geändert, weil sonst machen wir noch die Blumen kaputt. Na komm, Mauer. Oh Mist. Leider gerissen ein bisschen. Na komm, nochmal. Außerdem, die liebe Nele ist so nett und baut für uns den Parcours auf. Das war echt total nett von ihr. Weil sie wollte das unbedingt irgendwie machen. So, dann lass da kommen. Ja. Super. Nein, Snowball. Prima. Na komm, das schaffen wir jetzt aber. Na komm. Ja, gut. Ja, gut gemacht. Ach, gut. So, der Parcours sieht jetzt so aus. Ja, ich habe ihn wieder geändert. Und jetzt sind die ganzen Stangen so. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob Snowball das schafft. Und wir fangen hier an. Ja, gut gemacht. Und hier. Oh Gott, die Mauer. Na gut, zurück. Wir müssen mal jetzt viel Anlauf nehmen. Na komm. Ja, oh mein Gott, du hast es geschafft. Also, Snowball ist echt ein prima Pony. Sie ist echt voll gut. Ja Leute, ich werde jetzt noch einmal filmen, wie wir da drüber springen. Und dann ist auch schon Schluss. Gut gemacht. Ja. Lecker. Ach, nicht schlimm. Tschüss Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ähm, ja. Ich finde, Snowball hat es echt schon gut gemacht. Und ja. Bye. Fail. Jnen Korbiker's Content League. G Poisraw. Bis zum nächsten Mal.